So Leute und willkommen zu euch auf Minecraft Oha, hier, heute spielen wir wieder ne Minecraft teurer Map, weil sie sich so viel gewünscht haben und diese Map hier heute ist nämlich eine ganz, ganz gute Map nämlich, hier, äh, diese Map ist nämlich ganz detailliert und Leute, ich hab kein äh, Resource Pack drin, ich hab kein Texture Pack drin, also alles Vanilla, Leute, ja und, äh, genau, ähm so, äh, genau hier ist nämlich zum Beispiel so ein Ding, das ist alles detailliert und alles Vanilla und äh, hier ist auch so ein Bild also ich hab keine Mods, keine, gar nichts, das ist ganz normal 1.4, eigentlich schluss 1.4 und, äh, genau, lolli, liegt sogar, äh, Dings da, dann, this is chest story original, steht da drinnen ähm, Edens war ein Vater ähm, der finanziell und emotional, ähm okay, der hat auch sein Sohn, das heißt ich bin irgendwie so ein Vater, der sein Sohn verloren hat oder so, wenn er zurück von der Arbeit kommt, ähm, probier da, ähm, okay ja, das heißt, ich bin einfach irgendein so Vater, der sein Sohn verloren hat hier und, äh, lolli, uns die Inventar ja, I've created by Dings kann ich was reinlegen? hier kann ich aber loll, Leute ich bin kein Game Mode, ich kann hier nichts abbauen, ja? okay press here to begin da, äh, press here to begin, ja for the best experience, turn your volume up and turn your brightness down, was? Leute, das war laut Leute, ich dreiß mal ein bisschen niedriger presented by Dings ich hoffe, der Sound geht so Hallo, no one is available to take your call please leave a message after the tone oh mein Gott oder so was ist hier heißen oh mein gott man kann dazu tat man kann halt wirklich hier in die kabinetts reinschauen wie cool ist alles vanilla immer noch heute das wisst ihr computer alles klar leute hauptsächlich hier so dunkel zu tun so dunkel hier ist ein fernseher dispenser aber vielleicht kann ich jetzt die musik hier runter machen alles klar leute okay dispenser okay ist ein bett ich gehe mal runter alles klar ist hier id badge was ist ein id badge was kann ich das von oben auch aufheben eigentlich schon oder warte mal hier kann ich so aufheben kann ich nicht was die hier id badge was ein id badge wo ausgerüstet one body okay id badge one body kann ich glaube das ist eine rüstung oder so kann ich lass mal hier mein dings id badge ich der sing zum teil wo ich irgendwo reinkomme anscheinend wirklich an dieser stunde was ein witz tipp folge den grünen blog der dir helfen wird zum office zu kommen also zum office kommen das ist hier alles klar aber leute richtig cool oh mein gott man kann wirklich hier raus gehen okay leute ich sehe noch irgendwas in meinem haus okay ist nichts okay sehe ich habe eine id badge das heißt ein id badge ist praktisch so eine art im badezimmer so eine art teil wo ich irgendwo reinkomme also sicher zeigt und dann nachher komme ich rein was ist hier roland street okay lol oh mein gott sogar die die dings hier okay kann ich nicht weiter okay ist da vorne okay da vorne ist irgendwas your office okay kann ich nicht lang hier kann ich auch nicht lang ich kann nur hier lang alles klar ist ein kleiner gang no engine okay kann ich nicht lang okay leute aber es ist richtig cool gemacht ist dunkel vorne steht your office was ist hier continue to draw okay irgendwelche titan research aber hier ist irgendwelche dings einfach listen before you lose a head okay war die no foto okay hier darf ich nicht reingehen titan research hier darf ich nicht reingehen und keine fotos machen alles klar ich weiß nicht was teilt und researches genau ist aber leute die grafik weil ich kann es sein dass ein bisschen dunkel hier ist machst du eine nachbearbeitung ein bisschen höher ein bisschen heller hier okay was hier ein gang okay leute die perry map ist vorbeigestanden es kam vielleicht jumpscares dabei sind also ich bin echt gespannt hier okay jetzt gleich mein office was hier no entry wieder was da jetzt so eine bus haltestation bus stop ist ein auto ist echt lauter lol okay was da vorne maximum 50 miles per hour also beiden wo schnunde ich kann man auch nicht lang okay aber ich glaube ich kann man nirgends so lang aus sich hier das office rein also das dinge hier naul lief schon okay ja okay ich muss hier ins office sein es gibt doch nicht wirklich easter eggs denke ich also von daher ja okay leute ich bin gespannt was mich hier erwartet okay das ist mein office also mein büro hier red note inc okay ich glaube das ist so eine company also so ein dinge das benzin muss ich immer alles nachschauen auf den ich habe gerade nichts gehört okay das ist ein computer hier geht es nach oben okay sind weil computer nicht hier an ich ich zuerst ein sex okay alles klar hier ist exit das hier ist nur das gang okay alles klar okay es ist noch also diese stühle hier sind richtig gut macht das glaube ich der ostraum oder so und ich glaube ich gehe mal hoch mal schauen mal schauen mal schauen ja office ist mein office timo silla raleigh irgendwas timo silla ragen wade mit jonathan adams das bin ich okay ich bin da ich denke ich bringe das was ja office ach so mein ding sagen mal wo ich da gerade rein schaut nicht hier instructions key building info gm das sind die die anleitungen bis dahin ist wir haben letztens einen call vom also einen anruf von dinge das richtig viel geld in den alten gebäude drinnen was du machen musst ist ich muss den schlüssel neben hier was ich da unten habe und also von meinem büro ich musste die alt das alte gebäude wahrscheinlich das teilten dinge da muss ich reingehen und collect also ich musste ganz das geld mitnehmen und ich muss zurückkommen und gut lagen dr mark santa marina ok was das hier building name titanry also 1928 ist geöffnet worden 2040 ist geschlossen war okay das sind richtig für richtig viele einbruchmöglichkeiten und ich weiß nicht was einbruch nennen kann ich glaube ich aber nichts ist nichts ich habe den schlüssel ja ich mache das ja die sachen gemacht habe ich habe den schlüssel das heißt ich muss gleich zu den titan researches vor okay leute da spielt sich die kohle käme das muss jetzt hier nach vorne und ufs falsche richtung und geh mal zum teil vorne und hier muss man lang und alles klar aber es ist ein brechen mit geld stehlen oder so denke ich johmei okay das ist alles richtig cool gemacht hier okay leute jetzt gehen wir rein und nachher steht trupps von leute okay das ist your office leute man hört sich die fußschritte gell okay schlüssel da haben wir die ganze zeit das schon aufmachen können titan research ok leute jetzt wird es jetzt gruselig leute da habe ich eingeschlossen leute ich habe mich eingeschlossen leute 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 es ist nicht gut nichts dran ist blut leute und name tag da komme ich an den name tag an alles klar leute wie cool das ist und hört den wind alles es hat wirklich kompatristisch gemacht ist noch irgendwas ich habe es lohnt es ist lang okay ist nur papier ich weiß nicht wie ich das brauche try to leave and boom ich soll weggehen und dann boom oder so als hatte ich hier durch okay leute ist redstone wie komme ich hier weiter wo ist die dinge hier sehen was ich so eine dinge die er sucht mal ich muss geld mitnehmen oder so ist gestanden okay das heißt ich suche mal das geld können irgendwelche türen die aufgehen hier geht es geht es nach oben her leute warte mal also sie jetzt hier machen vielleicht hier ist irgendwas offen wahrscheinlich hier ist offen leute also das macht mir angst okay ist ein aufzug check mal lieber noch ob ihr andere türen aufgehen aber ich denke nicht die kacke auf das einzige tür ok leute ich glaube ich steigen mal in den aufzug an ist sehr well okay ist die die abdauern leute vierte vierte dings vor basements das absurd time to locate the money ok ok ich bin gerade vier vier stockwerke hochgangen ok jetzt muss ich die money das geld hier finden storage hier ist die das lager oder so alles klar die sind auch grafit ist ich glaube nicht dass hier überall dass hier das geld irgendwo drin ist aber auch nicht dass hier ein easter egg oder so ist medical waste open it's stuck maybe i can get into ok es ist es steckt fest vielleicht kann ich durch die durch die durch den lüftungsschacht in das dings kommen medical waste ok ich brauche da ist irgend so ein ärztezimmer oder so ich muss irgendwie durch die lüftungsschacht irgendwo sich durch die lüftungsschacht dorthin hier ist die lüftungsschacht der tage leute ich bin einfach in luftungsschacht in lüftungsschacht weil ich hoffe ihr könnt irgendwas sehen wenn ich jetzt mache ich dann mache ich das heller ich bin aber in lüftungsschacht ich bin einfach in lüftungsschacht ok dann kann ich auch noch weiter und raus ne ich gehe mal weiter alles klar leute leute cool die map gemacht ist einfach ok leute runterkommen und ok die sounds es wird hier kein monster sein leute es wird hier im leben hier ein monster oder so sein alles klar leute ich bin einfach gehört was steht da die poste alles klar leute ok hier kann ich hoch jetzt glaube ich wieder so ein lüftungsschacht alles klar wo führt denn das hier hin hm man mag hier so richtig viel rotes also reds im style stuff bin ich jetzt aber wo bin ich mails restroom das ist so ein klo alles klar das ist ja komisch geräusche genau da wo ich hingehen will die ist da lang da lang steht da wenn ein tornado ist also wenn einmal hier ist brot wie ich hier irgendwas übersehen habe ok das sind so zonado zimmer oder so denke ich so ein notzimmer oder so ich komme nicht lang wenn zonado ist sagt man da rein ist ja gestanden ok potions sonst auch nichts leute ok die map kommt mir ein bisschen komisch vor was hier ist auch ein bett und so brauchen das hier ist geld cash hier richtig viel geld hier ist noch mal noch mal geld heißt also wenn das geld 19 dollar ok hier ist die küche kitchen ich denke mal ist nichts drinnen was ist hier so ein esszimmer oder so alles klar leute ok wird nichts drinnen sein glaube ich ok ist so eine abwasch ist hier ein klo will kein ding sein muss ich mal hinter mir schauen ja oh nein leute das waren leute ich kann nur rein aber nicht mehr raus alles klar ok ich bin drei leute ich bin drei ok das ist der dritte stock zweiter stock alles klar hier ist einfach ok ich glaube ich muss den zweiten stock im dritten man nicht alles klar leute willkommen zu zum dritten stock hey da ist eine tür da vorne welche tür meint der der sprecher hier oder wer das immer ist more rooms leute hier ist gut an der wand was nicht gut ist ok die oreime sind aber kaputt das ist die frage warum ich sehe den raum ich sehe den raum ich schreibe hinter mir ich sehe den raum ich sehe den raum hm leute das ist ein kabinett hier ist ein schlüssel warte wo war der schlüssel gerade drinnen hier key ich weiß nicht ob ich so ob der meer in den ganzen dings sind ne nur da sind solche teile g hab ich sehe dass ich für den schlüssel so irgendeine tür oder so boom ok listen bevor hör zu bevor du weiter gehst steht da alles klar leute ist nichts hm aber ich habe jetzt bisschen geld ja ich habe gar nicht was komisch gehört alles klar alles klar leute was ist hier lege jetzt weiter lege jetzt nicht weiter alles klar leute ich habe jetzt den schlüssel nur für was brauche ich den schlüssel ja elevator war sie gestanden ähm also die tür ganz da vorne also hier wahrscheinlich oder no entry summer fills warte irgendwas fühlt sich nicht gut an hier steht da Leute habt ihr auch gehört Leute was ist das ok ich habe eine axt alles klar ich habe eine axt Leute ich lasse mal hier ich habe eine axt ich kann die axt benutzen um ein bisschen von den von den ganzen weg gehen also von ganzen verschütteten sachen hier benutzen könnte ich machen ja nicht schlecht ok ok und hier geht auch nirgendwo lang oder ne ok das heißt was muss ich abbauen kein break iron bars ok eisen bars kann ich also eisendings eisengitter kann ich zerstören hier geht es weiter ok das heißt ich muss jetzt nach vorne die eisengitter äh zerstören hier denke ich ich glaube die folge wird eine xxl folge aber dafür ist die map richtig cool das heißt ich kann die iron bars oder so zerstören ja kann ich das dauert etwas länger aber ich muss die axt benutzen stören alles klar Leute ich weiß nicht ihr könnt mal ein like da geben äh ein like da lassen oder so falls ihr sich horror maps feiert ich finde nämlich horror maps richtig cool und ihr habt mich auch darauf aufgefordert dass ich ganz äh dass ich eine neue horror map mal spielen soll ok Leute was befindet sich in der Halle das ist 19 dollar denke ich 19 cash ok das ist kaputt ist irgendwas Leute Leiter Kabinett äh äh so ein Dispenser so ein Kabinett ist hier drinnen aber hier ist nichts hier ist der Leiter ich schätze ich muss hier hoch gehen ist irgendwas Leiter hier ist Blut schon wieder alles klar Basement 2 ok Monitoring also hier ist so ein Überwachungsding Leute was heißt das ist das ist das arm mit der Ohren nenn sich schon ein bisschen Nutzer ein Schuss Leute ruf was war das das Teil hat meine Axt genommen sollte aufpassen ok jetzt kannst du wieder hoch stellen sorry für die die alles klar was hast du gerade für ein Ding ok es gibt Jumpscares haben wir gerade rausgefunden ok was hier ok jetzt kann ich keine iron bars mit zusammenhauen ok Leute hier ist ein Elevator hier falle ich glaube ich wahrscheinlich wieder runter kann ich nicht runterfallen ok ok was ist das hier wo geht es hier hin ok hm also ich brauche wieder irgendwas zu verteidigen oder was ist hier hier kann ich nicht weiter weil das Vieh irgendwie meine Axt genommen hat hier kann ich wieder hoch hm ich habe irgendwas gehört ok kann ich irgendwo weiter hier kann ich weiter also jetzt sind wir hier oben Leute alles klar ok ok vielleicht brauche ich irgendwelche ich brauche irgendeine Schere oder so dass ich die Blätter zerstören kann oder so denke ich ok sonst hier auch nichts oder ich brauche irgendeine Schere hier geht es weiter ok Leute so ist hier noch irgendwas die ganzen Türen kann man hier by the way nicht öffnen ich glaube ich muss hier zurück ok Leute hier hier kann ich was öffnen jetzt ist ein Badezimmer hier ist ein größeres Badezimmer alles klar ok Badezimmer muss ich mal nach hinten schauen hier sind ein Badezimmer eine Holzachs am Boden hier ist eine Holzachs das könnte ich gebrochen ich sollte das nehmen ok Glaspain ok ich kann die ich kann mit denen Glasscheiben oder so oder so zerstören ok Leute Glasscheiben kann ich mit denen zerstören alles klar ups das wollte ich nicht Glasscheiben wo sind Glasscheiben Leute das ist so ups gut Glasscheiben wo sind Glasscheiben 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 hier ist ein Schwert das ist ein Schwert ich habe ein Schwert ich habe ein Schwert But those glass panes I need to break Ja, wo sind doch Glas, Glas Dings Ich könnte da hochspringen Warte mal, ist hier ein Jump'n'Run Denkt ihr? Ah, hier, okay Oh, Leute Okay, Leute, jetzt verstehe ich Macht einiges Sinn Jetzt sind wir einen Stock, glaube ich, höher, denke ich Exit Floor 1 Okay, ich glaube, ich sollte da mal gehen Komische Musik Alles klar Ist nichts Leute, die Musik gesingen, die habe ich nicht eingefügt Oh mein Gott Leute, bei euch ist das viel heiß Ich müsste richtig laut gerade Hallo, mir macht das Angst Oh mein Gott Elevator, Out of Order, okay Der Kraftzug ist kaputt Alles klar Wie laut es ist bei mir Schauer Okay, sinken Dings Nein, man kann die Dusche einfach ran machen, oder was? Ja Elevator Okay, was ist hier? Kann ich nicht weiter? This way steht da Ja Ich bin zum Dings drin Okay, Leute The delivery store Restaurant sind da Okay Hier ist ein Buch Book and Quill Okay, the delivery store is key taken by each and that Okay Steht die ganzen Schlüssel Okay, alles klar Noch irgendwo irgendwas Ich denke nicht, Leute Okay Was ist hier? Die Zeichnung, alles klar Okay, Leute Heißbrot, also hier ist Essen Alles klar Alles klar, okay Okay Alles klar, Leute Äh, aber wo muss ich hier weiter? Ist hier vorne Irgendwie noch Da kann ich noch ran Ist hier noch irgendwas? Papier Das ist so ein Cafeteria Also, wisst ihr was? Kann ich das irgendwie ausstellen? Nein, das kann ich nicht ausstellen Ich stehe jetzt Okay, es ist ja aus, okay Leute Das ist viel besser Okay, Leute Also, habe ich jetzt eh alles wieder an, mehr oder weniger Okay, Leute Alles klar Ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist Vielleicht sollten wir auf der anderen Seite nachschauen, oder? Ist der Chest Ich kann die Chests aber nicht öffnen Hier Schlüssel Delivery store is key, okay Das heißt, wir haben einen Schlüssel Wir müssen jetzt ganz nach vorne gehen Und, äh, vorne so eine Art, äh, Tür Verschlossene Tür aufmachen Alles klar, Leute Okay, okay, okay Ähm Okay, Leute So Das heißt, ich muss ganz nach vorne jetzt gehen Und da vorne Irgendwo Eine Tür, die verschlossen ist, oder so Delivery storage Hier nicht Hier oben Delivery storage Hm, all the doors Where Oh, oh, was? Hier are locks Äh, maybe there is a key somewhere Achso, okay Man hätte da zuerst Okay Ja, die Tür ist jetzt offen Weil ich den Schlüssel schon gefunden habe Weil, steht Die ganzen Türen sind, äh, offen Kann ich irgendwo rein? Schaue ich Jump'n'Run machen? Hier kann ich Jump'n'Run machen, oder? Doch Okay, Leute Ich muss hier rüber Alles, jump'n Oh, ich kann eh hier gehen Ist hier irgendwo irgendwas? Das ist die Frage This way steht da Ich glaube, ich gehe davon aus, dass hier einmal Nix ist, oder so Ha, dass hier ein Lüchse ist Ich kann hier hochgehen I see a door There Wo ist eine Tür? Äh, ist er Vielleicht etwas drinnen? Leute, man kann jetzt sogar runter Wo ist eine Tür? Das ist richtig cool Weil, die Map ist 1.14 Alright, Leute Ähm Bleibt dran hier, okay Äh, gut Äh, das ist eine Tür Vielleicht kann ich da irgendwie hinkommen Also, da oben ist ein Repeater Alles klar Hä, äh, äh, Leute Alles klar Hä, ich glaube, das sollte man nicht sehen hier Aber egal So Wenn ich den Repeater einfach runden Okay, Leute So Okay Wie komme ich da hin, ist die Frage Ist da eine Tür, oder? Da ist eine Tür oben Wie komme ich da hin? Kann ich vielleicht So Das Area ist bin Irgendwas Alles klar, okay Kann ich irgendwie hier lang? Ne, kann ich auch nicht So Irgendwie muss ich da Einen anderen Weg finden Leute, so So Und so Ja, Leute Ich glaube, ich würde an der Stelle auch sagen Was war es denn mit dem Video? Wenn ihr irgendwie den zweiten Teil oder so haben wollt Dann könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben Wie gesagt, lass ein Like, ein Abo Da hier für mehr Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich da hochkomme Ne, weil ich glaube, ich weiß es, oder? Doch Ich bin oben, okay Was ist hier? System lockers room Alles klar Was ist hier? Leute, was ist jetzt passiert? Okay Leute, okay, never mind, Leute Wir spielen noch ein bisschen weiter Test Results Notes Okay, never mind Wenn sie gerade gruselig wird Okay, Leute Never mind Dann spielen wir noch vielleicht weiter Okay, Leute Ich glaube, jetzt wird sie jetzt gruselig Okay, kann ich aber nicht lang Okay, Leute Alles klar Wow Leute Was? War das er? Warte mal Wer war das? Leute, ich höre irgendwas Mangerine Ich will zu ihm Er ist irgendwie da oben Aber komm ich da oben hin Wir haben ne Achse weg, gell? Hey, komm ich da oben Es wird lauter Leute Was muss ich machen Notes Robes und Tape, please alles klar ging zu einer note building info ok das habe ich hier schon gehabt und hier test subject gabriel adams weiß ich nicht ein test oder so von dem ich weiß es nicht leute ist jetzt kann ich hier jetzt weiter jetzt kann ich hier weiter leute vielleicht kommt Chomsky wahrscheinlich oder alles klar ins labyrinth oder wenn ich mich nicht irre immer links links ist nichts ihr geht es weiter leute da liegt es runter dann muss ich hier runter wo bin ich er war schon wieder der war schon wieder da leute die haben mich in den Sohn gekillt ich muss die polizei so schnell wie möglich alles klar ok leute ok ich glaube ich muss jetzt einfach nochmal raus oder ich denke ich muss jetzt einfach nochmal raus oder muss ich raus schüttet hier bin ich aber gekommen was muss ich jetzt machen ich glaube jetzt ist ein guter Zeitpunkt hier zu beenden lasst unbedingt ein Like und ein Abo da hier für mehr und aktiviert die Glocke für mehr Horrorvideos schreibt in die Kommentare ob ich mehr Horrorvideos hier machen soll äh und ja lasst ein Like und ein Abo da aktiviert die Glocke schreibt in die Kommentare fürs haftigen äh Silvester Merge und lasst ein Like und ein Abo da und tschau pschau